Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer Folge Monstrum 2 mit Flo. Hi. Ja, in der letzten Runde war ich ja das Monster und er Prisoner und wir dachten uns, okay, dann tauschen wir doch einfach mal diese Runde. Und es ist auch die erste Runde, in der ich den Prisoner spiele und du auch das Monster, ne? Genau. Oh Mann, das würde ich bei so einer letzten Runde habe ich dich so gecatcht. Auf dem U-Boot. Leider, ja. Das stimmt. Aber ich glaube, dass dieses Monster das Schwierigste ist, was ich da gerade habe, weil ich glaube, das kommt vom Schwierigkeitsgrad aus. Weiß nicht. Du hast das dritte, ne? Das letzte in der Reihe. Ja, genau, genau, ja. Das ist nämlich das Monster, was ich auch noch nicht kenne, deswegen bin ich echt mal gespannt und vor allem auf den Mechaniken jetzt als Prisoner. Hast du schon bereit angeklickt? Ja, hab ich. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Runde und schauen wir mal, was wird. Ja, was wird. Okay, ich bereite die Rettungsinsel. Ey, das ist ja, ey komm, das ist die dritte Möglichkeit, jetzt zu fliehen. Wir spielen jetzt gerade direkt einfach alle einmal durch. Okay, in Ordnung. Ja, bloß was man das erste nicht gesehen hat. Bloß es das erste halt die Testaufnahme war. Ja, das erzählen wir nur keines. Ja, na, hab ich doch gerade gar nicht gesagt. Ich hab halt gesagt, wie schön, äh, ähm. Okay, ich muss Netzschalter aktivieren, deaktiviere die Kühlmitteltanks, bereite die Rettungsinsel vor und entkomme. Okay, in Ordnung. Und ich muss jetzt vor dir fliehen. Das kriege ich schon hin, das wird schon was. Ich guck mal auch gerade so vor, so, schalte die, äh, okay. Hm, wird schon. Ich muss, ich muss erst mal reinkommen, wie ich das überhaupt mache. In dem Rennen gleichzeitig Griechen halten. Das ist die erste Map, das ist die Monstrum, das ist die erste Monstrum-Map. Echt? Ja. Wie geil ist das denn? Das ist die erste Monstrum-Map. Also die, die, die Teil 1 Monstrum-Map. Hä, wie geil ist das denn? Ich kann sprinten. Boah, ich bin ja echt langsam. Ich kann, ich, ich kann sliden. Und crouchen. Ähm. Wie bin ich gerade geslidet? Weiß ich nicht. Wie verstehe das nicht. Achso, ähm, mit, ähm. Wenn, wenn du Dings hier machst. Hä? Ich muss erst mal hier klarkommen. Aber ich glaube, dass es doch die erste Map ist. Die schaut auf jeden Fall so aus. Hör dich blibbern. Yes. Du blibberst und blubberst. Was kann ich jetzt hier machen? Was ist das hier? Tut das weh? Nö. Das geht nur durch mich durch. Äh, okay. Okay, warte. Also ich lauf ganz normal auf WASD. Wie crouche ich jetzt nochmal? Äh, SDRG. Okay. Darüber kann ich sprinten. Okay, ich verstehe. Was ist das für ne Map, hä? Ich brauch Gegenstände dafür, die muss ich erst finden. Ja. Aber du siehst ja auch, glaube ich, selber, dass, äh, ich... die Dings ja auch aktiviere, ne? Die, die Kameras. Hm. Hast du das nicht? Hast du das gesagt? What the heck? Ey, mach ich hier nur lang gehen, okay? Oh, ich kann mich nicht ducken. Ihhh. Sieht ja aus wie Prinzessin Clara, was sie unter ihr Rock versteckt, ey. Ey, das bin ich nochmal, da unten. Hä? Oh, cool. Das ist dann also meine... Oh, aha. Krass. Das bin ich nochmal, oder was? Mich gibt's nicht nur einmal. Ja, ist doch ganz gut. Das ist ja ekelhaft. Oh, ja. Wie viele Items kann man denn mitnehmen? Äh, du findest auf jeden Fall noch irgendwo einen Rucksack oder so. Ich muss ja auch erst mal klarkommen. Ich muss ja erst mal gucken, was ich hier überhaupt machen kann. Oh, doch. Ich seh, wenn du Kameras aktivierst. Ah, da unten habe ich Sachen. Ich kann nicht... Ich... Oh mein Gott. Dieser Killer ist ja richtig OP. Ich konnte dir gerade zuschauen, was du gerade machst. Was? Was? Ja. Das ist ja... Wie OP ist das denn? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ganz schön OP. Okay, du bist da. Du bist auf jeden Fall nicht da, wo ich bin. Sagen wir es mal so. Du bist irgendwo unten. Irgendwo unten bist du. Irgendein Keller. Ganz unten. Mein Inventar ist voll. Okay. Tee. Ausgerüstet im Gegend schon fallen lassen. In Ordnung. Okay, du bist da. Okay, ich bin jetzt wieder irgendwie draußen. Ich seh mein Ziel und ich seh noch irgendwas. Oh, ist das eklig. Was? Was? Wenn du nach wie rufst, um mich zu finden. Warte mal, wie kann ich die tauschen? Ach, wieso kann ich denn... Aha, okay. Ich hör dich plimpfern. Schön. Ich krieg voll Damage. Ist das wack? Kann das vielleicht sein, dass man je nach Monster die unterschiedlichen... Komm her! Aua! Oh, ich mach mal für dich auf. Oh mein Gott! Ich konnte nicht durch. Wieso konnte ich da denn jetzt nicht durchspringen? Dich nicht, aber ich weiß nicht. Was hab ich gemacht? Das ist ja lost as hell. Ich kann nicht anspringen. Ich komm mit der Steuerung, ich klar. Es geht einfach nicht. Bist du schon wieder hinter mir? Hallo! Na, ich lass dich mal einfach mal laufen. Ich lass dich erstmal laufen, damit halt noch ein bisschen, ne... Ein ganzer Part mal drinne ist. Warte mal, ich komm hier wirklich grad nicht zurecht. Ich weiß nicht, wie ich das hier machen muss. Was willst du hier machen? Hi! Hi! Du kannst mir immer noch hinterher, kann das sein? Nee, 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 komm mal hier nicht mehr. Kann ich mich da drin... Da drin kann ich mich nicht verstecken, aber die kannst du kaputt... Aber warum kann man die jetzt kaputt haben, wenn ich mich da nicht verstecken kann? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich bin mal auch nicht sicher. Ich hab' die Kamera ausgelöst. Hast du mich gerade im Sprint... Warte mal, hast du mich gerade im Sprint entdeckt? Weil du nachgucken kannst, wie ich bin? Ja. Ich kann jetzt auch zum Beispiel gerade sehen, du bist jetzt halt grad... Wie am Sprint, draußen. Du bist grad draußen irgendwo. Das ist ja absolut fucking OP. Ja, das ist richtig OP. Deswegen... Wie uncool ist das denn? Und vor allem, hier sind ja auch nicht mal... Also, das ist ja halt so ein Auge, weißt du? Und, äh... Dieses Auge... Ähm... Ach... Dieses Auge braucht noch... Braucht, glaub ich, eine Minute, um wieder aufgeladen zu sein. Deswegen kann ich dich jetzt wieder angucken. Was machst du da? Warum willst du das kaputt machen? Dafür brauchst du ne Fuse. Hast du ne Fuse? Betty? Hallo. Ich nehm grad welche auf. Okay. Hä? Warte mal. Inventars voll. Da kann... Ah, okay. Ich verstehe. Das ist ja übel lost alles. Das macht ja gar keinen Sinn. Und vor allem ist das so frech, dass du einfach siehst, was ich mache. Oh, nimm nicht das. Da war ich vorhin auch. Ich brauch dafür aber 30 Milliarden Gegenstände. Oh, hallo. Äh... Achso. Ich muss die Tastenbelebung nachher umlegen, falls ich das irgendwie kann. Okay. Das ist so frech, dass du mich dadurch siehst. Hast du es jetzt schon wieder gehört, oder was? Ja, ich seh das ja. Ich krieg' nen blauen Schatten dann. Ah. Das heißt, jedes Mal, wenn du das machst, muss ich ne Sekunde abwarten, damit du mich dann nicht mehr siehst, um dann eben mich zu verstecken oder sonstiges, weil du dann nicht weißt, wo ich bin. Okay. Also, das heißt, in dem Moment, wo du das machst, darf ich eigentlich nicht stehen bleiben und muss hoffen, dass du nicht in meiner Nähe bist. Die Viere schaltet, aber wo sind denn hier die Schalte? Warum konntest du das denn jetzt schon wieder machen? Ich dachte, das braucht ewig und drei Tage und nicht aufhören. Das braucht eine Minute und eine Minute ist halt nicht lange. Das macht doch gar keinen Sinn. Von dem großen Ganzen würde ich das halt jetzt nicht öfter benutzen, aber das ist halt leider die Funktion, was der Killer machen kann, ne? Deswegen, man muss das ausnutzen. Die anderen Killer können das zum Beispiel ja, glaube ich, nicht machen. Weil du hast ja die beiden gespielt und soweit ich weiß, hast du nix davon benutzt. Na doch, du hast ja mit dem einen, hast du, hast du den, den, den Schrei. Mhm. Also diese Druckwelle, wo ich dann halt nur so, so grob einen Punkt sehe, wo du bist. Okay. Und mit dem anderen, mit dem anderen, mit dem anderen habe ich eine Spur, die ich nachlaufe. Was ist das jetzt? Was zur Hölle ist das denn? Ich weiß, dass du gerade irgendwo bei mir bist. Ja. Das habe ich hinter mir. Ich kann hier durch Sachen lang gehen, das ist ja Wahnsinn. Ich komme nicht durch die Fenster. Aua, hör doch, ich, ich hänge fest, ist mir egal. Komm, hol mir. Oh Gott, ey. Ich bin gerade des Todes ziltet, weil ich mit der scheiß Steuerung nicht zurechtkomme. Ich muss das wirklich gleich mal mit Controller anziehen. Was gibt hier, was ist das? Ah, okay. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich hin muss, ich weiß nicht, was ich machen muss, ich weiß nicht, wie diese Sicherungskästen aussehen, wo ich die einsetzen muss, wo die sich befinden. Ich habe keine Ahnung, ich komme mit der Zielkoordination nicht klar. Das wird dir doch angezeigt. Ja, aber ich komme mit dieser Zielkoordination auch nicht klar. Also im Grunde, was ich halt nur machen muss, ist, äh, dich daran hindern, das alles zu machen. Aktiviere Schalter, aber was für Schalter. Ja, die Schalter, die, ähm, keine Ahnung, die sind überall verstreut irgendwo. Und, äh, das sind halt die Schalter... Ja, die sind überall ver... Alter. Da kriege ich wieder Sicherungen her. Hä? Ich finde überall diese Kästen, wo ich mir Sicherungen rausholen kann, tausend Milliarden Stück, wo mein Inventar voll ist. Mal zum Beispiel, wo ich bin. Hier ist einer. Da musst du aber halt, äh, so ein, so ein Schweißgerät finden. Ein Schweißgerät? Ja, so ein, so ein Schweißgerät. Was ist er hier? Also ich war halt da. Wo bist denn du gerade? Genau, das ist das Schweißgerät. Das brauchst du. Ja, warte mal, ich komme mal ganz kurz. Komm mal ganz kurz, ja. Jetzt auch überall nicht ran. Das heißt, ich muss hier wieder zurücklaufen. Dum, 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 dum. So. Oh, ich hab Fallschade bekommen. Oh, du bist runtergefallen. Oh, ich bin gerade oben. Ich stehe beim, beim Dock-Ding. Das hat mir richtig knoxe. Eigentlich, das, eigentlich müsstest du mich jagen. Und stattdessen brauche ich jetzt deine Hilfe, weil ich nicht durchsehe. Aber ich glaube, das kommt auch mit der Zeit, wenn man versteht, wie die Maps aufgebaut sind. Ja, hey. So, willst du mal mitkommen oder so? Hier komme ich durch. Wo bist du? Draußen? Ja, komm mal mit. Hallo. So. Ich komme mal mit. Das ist auch schon wieder so hammerlos. Ja. So, will ich ein Stockwerk? Erste? Okay. Das geht. Ne? So. Ja. So, genau. War das jetzt hier? Ne, das war nicht da. Ah, hier, genau. Du musst jetzt hier rein. Ne? Ja. Okay. So. Ah, ja. Hä? Ich kann das... Du musst das gedrückt halten. Ich brauche hier das Klebeband. Wozu brauchst du das Klebeband? Und dann ziehe ich den... Genau. Ah. Also du musst halt sozusagen die ganzen... Okay, ich gehe wieder weg, ne? Jetzt bin ich wieder verstecken. So. Ah. Warte. Und die sind überall auf der Map verstreut. Genau, genau. Und jetzt muss ich die überall finden. Ja. Oh, ich kann sogar... Mach dir das wohl keinen Sinn. Ich kann sogar schweben. Richtig cool. Also, ich sagte jetzt schon... Das Monster zu sein und zu jagen... Macht eindeutig mehr Spaß. Ja, mir macht es Spaß, mehr Survivor zu sein. Oh, ich wollte... Ähm... Ja. Jetzt hast du gehört, wie ich den Dings benutze. Hm. Einen Elevator. Okay. Ganz schön neblig, die Dings. Ja, ich bin hier irgendwo in der Nähe gerade. Ich muss mal kurz gucken, wie ich das mache hier. Ich höre dich halt die ganze Zeit so blimpfern. Das ist so richtig ewig. Oh, jetzt muss ich warten, bis du die ganzen Hebel jetzt runtergezogen hast. Weil, äh... Dieses Unlock... Dieses Teil ist immer noch Unlock hier. Sicherung, Schloss, Zugriff, verweigert. Oh, baddie. Warte mal. Komm mal kurz zu mir. Äh, wo bist denn du? Ich muss das ausprobieren. Wo bist denn du? Ähm... Ich stehe... Genetik, Schild, äh... Irgendwie Krankenabteilung, kaputter Raum. Äh... YOLO. Ähm... Wenn ich wüsste, wo der andere Sicherungskast war oder so, würde ich da ja einfach... Hornigam... Nee, warte mal. Du musst gar nicht zu mir. Drogen! Wofür kann ich dadurch länger laufen? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat er bei mir echt Schnappatmungen bekommen. Ich denke mir nur so, okay, Ihnen geht's nicht gut. Ich laufe dadurch viel schneller. Oha. Ach, na lol, das ist ein Boost. Okay. Digga. Der geht's ja gar nicht gut. Ich kann dir ja sozusagen helfen. Was ist das denn für eine Scheiße? Wieso kannst du mir helfen? Ja, ich hab irgendwie gerade, äh, die... So ein Gitter weggemacht. Was man eigentlich mit so einem... Achso. ...teil da... Achso. Na, kommst nicht rein ohne ein Passwort. Ich brauche dafür eine Karte? Ne, ein Passwort, oder? Du brauchst doch eine Karte? Achso, dann brauchst du für eine Karte. Und jetzt muss ich diese Karte finden. Ja. Keep out. Da ist das auch nochmal... Aber wie komme ich denn... Okay, da hoch springen kann ich nicht. Ich höre dich klimpfen. Ja, ich höre mich mal ab klimpfen. Ah. Du klimpfest da hinten rum, okay. Ich war gerade genau da, wo du gerade warst. Vor paar Sekunden. Oh Gott, da bist du. Ich hab mich selber gerade erschrocken. Na? Na? Hab mich nicht, hab mich nicht. Nein, du hast mich nicht. Kepp ist dich. Ja. Geh weg von mir. Ja. Kann doch auch nichts anderes tun, aus dem Kreislauf, weil ich nicht weiß, wo ich bin. Warte, kann ich dich damit... Kann ich dich damit schocken? Ne, kann ich nicht. Äh. Wo bin ich denn jetzt? Oh nein. Ich wollte nur mal kurz das ausprobieren, das ging nicht. Oh nein. Oh, ich hab einen Teleporter benutzt. Was? Teleporter? Ja, ich weiß nicht, was das ist da. Das ist so ein komisches Zentakel-Kackvieh. Hä? Achso, ich hab gewonnen. Die Zeit war oben. Ah. Ja, ich hab gewonnen. Oh Gott. Also ich möchte... Ich möchte an dem Punkt einmal festhalten... Ich hasse Prisoner sein. Perfekt. Ich mag kein Monster. Ja. Ja, war doch eine erste tolle Runde. Ja, zweite Runde. Ich hasse Prisoner sein. Gut, denn... wissen wir ja, was wir nächste Runde machen. Das ist ja grauenhaft. Okay. So. Leute. Ich würde sagen... Das Monster mit dieser Runde Monstrum 2... Mh. ...in der nächsten Runde auf ein neues... Aber ich glaube, ich wäre doch lieber gerne wieder das Monster. Können wir regeln. Kriegen wir hin. Okay. Alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.